Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung spielen im Straßenbau eine immer wichtigere Rolle. Unter diesen Vorgaben entwickelte BOMAG für die Palette der kleinen Tandemwalzen aufbauend auf den Erfolg bei Rüttelplatten den BOMAG Economizer. Die Vorteile einer Verdichtungsanzeige werden deutlich, wenn man herkömmliche Einsätze von Tandemwalzen betrachtet. Der Einsatz der Tandemwalzen bei kleinen bis mittleren Bauvorhaben ist eine zeitaufwendige Tätigkeit. Zum Erreichen der optimalen Verdichtung ist eine permanente Kontrolle der Verdichtung nach den bekannten Methoden wie Lastplatten, Bohrkern oder Troxlersonde erforderlich. In der Praxis ist dies sehr zeit- und kostenaufwendig. Das Resultat liegt sehr oft in der Hand des Maschinenbedieners. Zur Sicherheit wird daher eher noch einmal verdichtet, was aber unnötig Zeit und Geld kostet. Es kann aber auch zu einer Überverdichtung führen und so das zuvor erzielte Resultat zerstören. Ein nützliches Hilfsmittel ist der BOMAG Economizer. Mithilfe dieses speziell entwickelten Systems ist der Fahrer in der Lage, zu jedem Zeitpunkt seiner Arbeit eine Aussage über die Beschaffenheit der zu verdichtenden Schicht zu geben. Die vibrierende Bandage leitet Schwingungen in den Boden ein. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds misst der Sensor den Zustand der Verdichtung. Die Ergebnisse werden dem Walzenfahrer am Display angezeigt. Beim Test mit einer eingegrabenen Gummimatte wird die Funktion des Economizers deutlich. Mit steigender Anzahl an aufleuchtenden LEDs erkennt der Fahrer eine Verdichtungszunahme. Ist die maximal mögliche Verdichtung erreicht, nimmt die Anzahl der gelbleuchtenden LEDs nicht mehr zu. Beim Erreichen einer Schwachstelle im Bereich der maximalen Wirktiefe der Maschine reduziert sich an dieser Stelle die Anzahl der gelbleuchtenden LEDs. Dieser Zustand wird mit steigender Verdichtung deutlicher. Durch Abgleich mit herkömmlichen Verdichtungsprüfverfahren wie Troxler Sonde oder Bohrkern kann mithilfe des Economizers die Verdichtungsqualität kontinuierlich überprüft werden. Der BOMAG Economizer zeigt die maximal mögliche Verdichtung an, signalisiert Schwachstellen, ermöglicht den wirtschaftlichen Einsatz einer Tandemwalze, vermeidet überflüssige Überfahrten, fördert die Gleichmäßigkeit der Verdichtung und ermöglicht die flächendeckende Verdichtungskontrolle. Im Straßen- und Erdbau hat intelligente Verdichtung einen Namen. BOMAG. Der BOMAG Economizer ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach wirtschaftlich zu erzielender Qualität. BOMAG unterstreicht mit dem BOMAG Economizer einmal mehr seine Position als Technologieführer in der Verdichtungstechnik. Das neue Auge für die Verdichtung der BOMAG Economizer. BOMAG. 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 BOMAG.